Na Leute, Lust auf eine weitere Social Movie Night? Kein Problem, denn die nächste wird jetzt hier direkt angekündigt, denn am 8. Oktober 2015 gibt es in Berlin eine zum neuen Film mit Johnny Depp namens Black Mass, dem Gangster-Mafia-Film, auf den ich mich schon wahnsinnig freue, weil ich Gangster-Mafia-Filme total liebe. Und Black Mass erzählt die Geschichte von James Whitey Bulger, einem Bostoner Gangster, einer mit dem man einfach nicht wirklich Spaß hat und für alle, die noch keinen Trailer zu Black Mass gesehen haben, hänge ich am Ende dieses Verlosungsvideos auf jeden Fall den Trailer mit ran und dann werdet ihr schon verstehen, warum ich einfach Bock habe auf Black Mass, denn dazu machen wir am 8. Oktober in Berlin die nächste Social Movie Night. Regulär startet der Film am 15. Oktober, also eine Woche vorher, schauen wir den auf Deutsch und natürlich habe ich wieder einen sehr coolen Kurs an meiner Seite, einmal mehr Liv Floyd, ich mag ihn sehr und es macht immer wieder Spaß mit ihm eine Social Movie Night zu machen und zusammen verlosen wir ganze 270 Tickets für die Social Movie Night am 8. Oktober, das heißt genauer gesagt 135 mal 2 Tickets, weil jeder Gewinner oder jeder Gewinnerin natürlich eine Begleitung mitbringen darf und es ist wieder ein ganz ganz besonderer, besonders feiner und auch nicht unluxuriöser Kinosaal in Berlin, in dem wir euch einladen wollen. Und natürlich ist für Popcorn und Getränke wie immer gesorgt, natürlich auch alles umsonst und ihr seht mit als erste Black Mass eine Woche vor dem deutschen Kino starten. Das Schöne ist, dass auch neben Johnny Depp selbst noch ein richtig geiler Cast dabei ist mit Joel Edgerton, vor allem Benedict Cumberbatchen sehe ich unglaublich gerne, Dakota Johnson, Kevin Bacon und das Ganze zusammengepackt eben in diese heftigen Mafia-Strukturen. Sorgt natürlich auch dafür, dass so ein Film recht gewalttätig und blutig ist, deswegen ich auch hier zur Abwechslung mal wieder sagen muss, leider müsst ihr mindestens 16 Jahre alt sein, um bei diesem Abend mit dabei zu sein. Das heißt, wenn ihr jünger seid, müsst ihr euch auch ausweisen und das bringt dann leider nichts, also lasst es dann bleiben. Und jetzt fragt sich natürlich der eine oder andere, der noch nicht bei der Social Movie Night mal sich beworben hat, wie kann ich mitmachen, ihr findet in der Infobox ein Formular, das klickt ihr an, dort müsst ihr ein paar Daten reingeben und dann könnt ihr das ausfüllen und abschicken. Da steht auch drin, bis wann genau ihr Zeit habt, das ist nämlich bis zum 1. Oktober um 23.59 Uhr, solange könnt ihr mitmachen. Mit ein bisschen Glück bekommt ihr dann eine Gewinnnachricht, in der drin steht herzlichen Glückwunsch, du hast zwei Tickets gewonnen, da steht ein genauer Ort und Zeit und Ablaufplan nochmal drin für den Abend. Und dann sehen wir uns vielleicht am 8. Oktober bei Black Mass, ich freue mich auf jeden Fall drauf und jetzt viel Spaß beim Mitmachen und beim Trailergucken zum Film und lasst gerne einen Daumen da. Wenn ihr die Social Movie Night mögt, lasst es bleiben, wenn nicht. Ansonsten, das wisst ihr, gibt es hier noch ein paar Links um mich rum und morgen um 15 Uhr natürlich spätestens ein neues Video. Und bis dann hoffe ich, ihr seid morgen wieder mit dabei, natürlich um drei. Hey mein Großer, hör mir genau zu und merk dir, was ich sage, denn die werden dein ganzes Leben Lektionen erteilt, wieder und wieder. Und du musst daraus lernen, alles klar? Nicht was du tust, ist wichtig, sondern wann und wo du es tust. Und wem du was tust und wer dabei ist. Wenn niemand es sieht, ist es nie passiert. Jimmy, er ist sechs. Denkst du wirklich, dass du sowas deinem Kind erzählen solltest? Ja. Jimmy, seit wann bist du raus aus Alcatraz? Oh, das ist fast zehn Jahre her. Ach, es ist wunderbar, dass du jetzt wieder hier bist, mein Junge.